Wer hat denn die meisten Kriege, Angriffswege nach dem Zweiten Weltkrieg geführt? Die USA. Wir, ihr alle und ich, wir wollen Frieden. Auch mit Russland, ja mit Russland, Frieden mit Russland. Ohne Russland wird es nie Frieden in Europa geben. Ich weiß, die USA sehen das ganz anders. Hauptziel der amerikanischen Außenpolitik seit über 100 Jahren. And there is no doubt, these are crimes against humanity. The United States has formally determined that Russia has committed crimes against humanity. And I say, to all those who have perpetrated these crimes, and to their superiors, who are complicit in these crimes, you will be held to account. In the face of these indisputable facts, to all of us here in Munich, let us renew our commitment to accountability. Let us renew our commitment to the rule of law.